Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte jetzt meinen eigenen Community-Clan machen, denn manche Leute haben mich gefragt, ob ich einen Community-Clan machen kann und ja, das würde ich jetzt gerne machen. Der Clan ist der Lauch-Clan, Leute, weil ich bin in real life ein richtiger Lauch und deswegen dachte ich mir, mach ich doch den Lauch-Clan. Es sind bisher erst drei Leute im Clan drin, doch wir wollen mehr Leute. Ich wollte nur sagen, dass es ein Spaß-Clan ist und einfach nur aus Spaß ist. Das ist eine wichtige Regel für unseren Clan ist aber, dass ihr euch umbenennt, weil wenn ihr euch nicht umbenennt, dann dürft ihr nicht in den Clan rein, weil dann ist das wirklich nicht richtiger Clan, weil der noch nicht so heißt, dann kann man das eigentlich gar nicht richtig bemerken. Wir haben auch einen Discord-Server für den Clan erstellt. Den Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung. Da können auch Leute rein, die nicht im Lauch-Clan sind, nur die im Lauch-Clan sind, kriegen halt eine extra Rolle. Ja, und in dem Discord sind einfach die Regeln hier, ganz einfach nicht Beleidigungen und so, nicht Spam. Und auf diesem Server müsst ihr OG oder Lauch in eurem Namen haben. Übrigens, ihr könnt auch euch OG nennen, anstatt Lauch oder Lauch-OG. Halt zum Beispiel jetzt, wenn ihr eigentlich Tim zum Beispiel heißt in Fortnite im Moment, dann nennt ihr euch einfach Lauch. Tim OG könnt ihr oder halt Tim OG oder Lauch Tim oder Lauchiges Tim, das geht auch. Aber hier beim Discord, um in den Discord mitmachen zu können, müsst ihr euch da Lauch nennen. Da geht ihr einfach hier oben auf diese Server-Einstellung hier, dann auf Nicknam ändern. Und hier könnt ihr dann euren Nicknam auf diesen Server ändern. Also nicht euren Discord-Namen, sondern nur euren Nicknam auf diesen Server. Da könnt ihr hier einfach Lauch-Lenny-OG eingeben. Und dann haltet ihr nur auf diesem Discord so. Wie gesagt, hier gibt es in dem Willkommen-Chat, ein Werfel-Zocken-Chat. Unser EQ, das hat ein Freund von mir gemacht. Wenn ihr da irgendwas schreibt, jede Minute kriegt ihr ein Level aufgestiegen. Aber das ist irgendwie ohne, ich lösche euch wahrscheinlich bald. Vielleicht auch nicht. Dann hier, ein Bot wurde eingestellt, dass ihr hier immer eine Nachricht bekommt, wenn... Also hier immer steht, wenn hier ein neues Video ist und dann auch der Link und so, glaube ich. Dann hier könnt ihr auch die Rolle YouTuber haben, wenn ihr einen YouTube-Kanal habt. Dann könnt ihr hier aufnehmen. So. Oder ihr kommt in Lauchiges Labern rein, da könnt ihr einfach nur reden mit anderen Leuten. Ja, bisher sind es drei Mitglieder auf diesem Discord. Aber ich denke, es werden noch ein paar mehr werden. Wie ihr wahrscheinlich wisst, bin ich nicht der beste Fortnite-Spieler und die anderen, die im Lauchklang, auch nicht. Das heißt, ihr könnt auch als Noob hier rein. Also nicht kompletter Noob, dann würden wir euch nicht annehmen. Aber so zum Mittel, dann nehmen wir euch auf jeden Fall an. No-Skins werden auf jeden Fall auch angenommen. Am meisten sind Fishies oder grüne Skins willkommen. Aber es dürfen natürlich alle Skins. Im Lauchklang können wir euch trainieren oder zusammen zocken. Wir können auch zusammen aufnehmen und alles Weitere machen. Ich hoffe, wir bauen zusammen eine feste Lauch-Community auf. Addet mich gerne in Fortnite, da heiße ich lauch-lerny.org. Wenn ich es nicht vergesse, packt es in die Videobeschreibung. Sonst mache ich es bald in die Kommentare. Und da müsst ihr mich dann einfach nur adden. Und dann könnt ihr auch schon sagen, ob ihr einen Lauchklang wollt. Dann könnt ihr euch umnennen. Und ja, dann könnt ihr auch schon rein. Und das war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ciao.